hallo und herzlich willkommen an die krebse hier ist julia aurelia jetzt mit deiner legung für die nächsten vier bis sechs wochen zum thema liebe und beziehungen lassen uns also direkt mal starten so falls du also den krebs im sonnenzeichen mond ascendenten oder der venus hast bist du hier genau richtig wir legen heute das keltische kreuz das ist im übrigen eine legung die ich hier regelmäßig auf dem kanal mache wenn du also interesse an sternzeichen legungen hast die gibt es hier zweimal im monat dann klickt doch einmal auf abonnieren damit der up to date bleibt für neue videos die hier hochgeladen werden so ich tue mich ein auf die energie der krebse zum thema liebe und beziehungen mitte märz bis mitte ende april worum geht es hier für die krebse da kriege ich das stopp oh hallöchen wir haben die 8 der kirche 8 der kirche die kraft und die fünfte kirche und dann haben wir die könig den könig der münzen wir haben die 9 moment die 9 der stäbe oh hallöchen und der turm und die 5 der schwerstäbe oh mein gott was ist denn hier los 5 der stäbe 5 der münzen bube der schwerter und dann hier auch noch mal den ritter der münzen wow ich kann euch jetzt schon mal sagen was für eine intensive legung lass uns mal schauen am unteren kartenrand was kannst du aktuell gerade nicht kommen sehen aktuell kannst du gerade nicht wirklich kommen sehen wie wir hier eine harmonische partnerschaft haben die zweite kirche ist eine karte wo es um gemeinsame zukunftsvisionen geht und darum dass zwei menschen auf augenhöhe sage ich mal gemeinsam arbeiten an etwas arbeiten an der erfüllung der wünsche arbeiten und träume arbeiten für eine gewisse situation oder generell das leben häufig ist die zweite kirche die seelenpartner karte vielleicht kannst du gerade nicht sehen dass ein seelenpartner auf dich zukommt oder dass sich eine situation aktuell noch mal wieder so verbessert dass ihr beide harmonisch hand in hand gemeinsam jetzt den weg geht und auf die ein oder andere art und weise könnte wirklich beides hier hinkommen weil wir hier tatsächlich eine sehr intensive legung haben wir sehen dass aktuell die thematiken die dich beschäftigen und die dich beschäftigen in bezug auf diese situation das thema fortgang aus der situation ist oder eine emotionale distanz ist ich habe das gefühl ich muss tatsächlich hier einmal anfangen was sehen wir in der vergangenheit wir arbeiten uns mal hier von der vergangenheit hoch wir sehen da sind einige verletzungen in der vergangenheit hier mit dieser karte und in der vergangenheit war es eigentlich schon so dass du gefühl keinen bock mehr hattest dass du gesagt hast hey ich bin erschöpft ich bin müde ich will mich nur noch vielleicht zurückziehen ausruhen ich möchte erholen ich möchte heilen das ist die karte des verwundeten kriegers der es durch einige kämpfe und konflikte geschafft hat der zwar jetzt aufrecht da steht und vielleicht einige seiner erfahrung gesammelt hat aber der wirklich erschöpft ist und sagt ich will eigentlich nur ausruhen ich möchte keine kämpfe mehr ich möchte keine konflikte mehr konflikte können wir grundsätzlich nicht vermeiden aber ja das war die energie bereits hier in der vergangenheit und es kann sein dass zwischen dir und einer person sehr viel vorgefallen ist so dass du gesagt hast boah ich glaube ich muss mich mal ein bisschen abgrenzen bisschen zurückziehen da ist so viel vorgefallen ich bin so verletzt eigentlich mit dieser karte dass ich dass ich eigentlich mich nur noch zurückziehen möchte und eigentlich gar nicht mehr engagieren sagt man das sagt man auf englisch erge ich mich gar nicht mehr so wirklich hier präsent zeigen möchte weil ich eigentlich so verletzt bin ich habe das gefühl zwischen dir und einer anderen person ist sehr viel vorgefallen so und deswegen hier aktuell diese energie von aus einer situation rausgehen und wir sehen dein fokus ist die enttäuschungen die hier vorgefallen sind dinge die sich anders entwickelt haben als erhofft das heißt zum einen können die fünf der kelche bedeuten dass gerade traurig bist oder dass es dinge gibt die du sehr bedauerst vielleicht sogar grundsätzlich in bezug auf dein leben aber wir sehen hier dass ein paar dinge sich einfach auch innerhalb dieser verbindung innerhalb dieser beziehung nicht so entwickelt haben wie du dir das erhofft oder erwünscht hast und ich glaube da gibst du das ein oder andere bedauern was jetzt diese situation angeht dieses hätte ich doch mal das oder hätte hätte fahrradkette im prinzip also hast du nicht gemacht die situation ist sage ich mal wie sie ist und vielleicht gibt es sachen wo du sagst okay aus den vergangenen erfahrungen habe ich jetzt gelernt ich würde heute dinge anders machen ich bedauere dass ich ein bisschen das gemacht das gesagt das getan habe aber ja darum kreist es sich gefühlt sehr es kann auch sein dass die vergangenen erfahrungen hier wo du das gefühl hast etwas ist in dir zerbrochen bezogen auf auf diese situation und die acht der kelche kann jetzt zum einen bedeuten dass du in dieser kombination oder sagen wir mal diese drei karten hier können bedeuten dass du vielleicht darüber nachdenkst eine situation komplett zu verlassen vielleicht hat die trennung auch schon stattgefunden und du bist jetzt dabei wirklich weiter dich von dieser situation zu distanzieren auch kann es sein dass du mit dieser karte überlegst umzuziehen auch das wäre möglich dir fehlt es nur aktuell ein bisschen an kraft die kraft hier in der blockade sehe ich als sehr sehr wörtlich das ist so eine widerstandsfähigkeit die man eigentlich besitzt und ich habe das gefühl dass du aktuell nicht so die kraft oder widerstandsfähigkeit hast weil wir hier in der vergangenheit schon sehen hey du warst in der vergangenheit schon erschöpft in der vergangenheit wolltest du dich nur erholen und jetzt haben wir hier diese doch recht intensiven energien traurigkeit bedauern sind natürlich alles menschliche emotionen die sind wir hier um zu erfahren dass da arbeiten wir durch als als seele als mensch aber es sind auch emotionen die einen energie und kraft rauben und ich habe das gefühl dass dir dass du gerade nicht sehr kraftvoll bist dass du gerade vielleicht auch ein bisschen gestresst bist oder immer mal wieder dass das du nicht sehr belastbar bist sagen wir mal so die kraft sagt du bist aktuell nicht wirklich belastbar und für all diejenigen die diese entscheidung sag ich mal noch zu treffen haben und sagen ja ich überlege gerade ob ich aufgrund dieser vorfälle aus der situation rausgehe kann es natürlich sein dass du sagst aber eigentlich habe ich nicht so ganz die kraft und stärke das gerade zu tun oder es ist schon passiert und du fühlst dich nach wie vor aber kraftlos die kraft ist noch nicht wieder zurückgekommen weil du dich eben durch diese thematiken hier jetzt durch arbeitest ja die der könig der münzen im herzen ich habe das gefühl du bist grundsätzlich jemand sehr treu sehr loyal wenn man mal was angepackt hat also wenn man mal sagt hey ich bin hier committed ich bin hier in der partnerschaft dann wird das auch nicht gleich aufgegeben du bist grundsätzlich in der beziehung jemand der sehr der die extra meile geht sagt man ja so schön der du bist jemand treu loyal gibt nicht so schnell auf harte arbeit kommen wir packen des na du bist da sehr team player auf gewisse art und weise und sehr fähig dich auch wirklich tief und langfristig zu binden der könig der münzen könnte jetzt bedeuten dass eine ganz bestimmte person in deinem herzen ist vielleicht ein ein erdzeichen steinbockstier jungfrau oder grundsätzlichen vater der versorger der familie hier könnte dein langzeitpartner sein gegebenenfalls der hier eine rolle spielt innerhalb dieser situation und einfach im prinzip sagen okay hier ist eine ganz besondere person in deinem herzen die vielleicht manchmal ein bisschen stur und dickköpfig ist aber doch auch vielleicht selber diese qualitäten hat von jemand der sehr loyal und sehr treu ist und quasi traditionelle partnerschaften bevorzugt anstelle von hey wir sind also hip und haben jetzt irgendwie drei vier fünf partner auf einmal so dann haben wir hier den turm in der nahen zukunft und auch das ist noch mal richtig das ist noch mal da schallert hier wir haben mit dem turm die energie das wirklich etwas altes wegbricht das könnte hier auch sein dass etwas unerwartetes passiert na eine ein unerwartetes ereignis ein unerwartetes event aber in der regel sagt man mit dem turm es bricht etwas altes weg aber die sache ist die manchmal halten wir zu lange an dingen fest die uns eigentlich nicht gut tun das heißt der turm ist immer ein befreiungsschlag der turm ist eine chance eine möglichkeit für weiterentwicklung die man ansonsten nicht gehabt hätte in der situation das heißt es muss jetzt nicht sein dass dir das ganze ding um die ohren fliegt hier sondern es kann sein dass du vielleicht eine realisierung hast eine einsicht eine erkenntnis es schallert im prinzip insofern dass du sagst oh mein gott jetzt sehe ich klar jetzt sehe ich die realität der situation in der ich bin und das ist etwas was wir langfristig gesehen und auch kurzfristig gesehen sage ich mal echt extrem weiterhelfen wird aber es kann auch sein dass du dich hier wirklich im prinzip dass etwas wegfällt was ja nicht mehr wirklich teil von deiner schwingung ist sagen wir mal so und dementsprechend eigentlich nicht mehr in resonanz ist mit dir und deinem leben eine sache wurde vielleicht lange daran festgehalten hast vielleicht austreue aus loyalität aber wie gesagt es ist fühlt sich an es fällt irgendwas weg das aber auch jetzt bereit ist zu gehen und im aller besten fall könnte das auch ein gedankenmuster sein oder ein verhaltensmuster was sich hier radikal ändert wo du vielleicht sagst da habe ich mich selber immer blockiert das sehe ich jetzt und das verändere ich jetzt wir sehen die fünf der stäbe hier in deinem energiefeld also konflikten innerer konflikten äußerer konflikt ich habe das gefühl auf gewisse art und weise bist du dabei eine situation oder dies selber zu verbessern wir haben quasi das thema training vielleicht bist du gerade dabei zu trainieren dich zu optimieren dich wieder selbstbewusster zu machen quasi durch gewisse tätigkeiten im weitesten sinne könnte man dazu natürlich zählen bewegung ernährung dinge tun die einem gut tun wie das selbstbewusstsein und selbstvertrauen stärken das sehen wir zum einen hier mit dieser karte aber ich habe auch das gefühl du bist natürlich hier in einem konflikt die andere person ist im mangel das könnte hier ein mangel sein an liebe an nähe an verständnis irgendwas ist hier nicht genug so und das ist das wie diese person gefühlt auch diese situation beeinflusst es kann auf einen finanziellen mangel hindeuten also ganz klassisch gesehen mangel mangel denken okay vielleicht ist das ein finanzieller mangel aber es kann wirklich auch sein dass hier irgendwas nicht genug ist und vielleicht hat die person ein vermindertes selbstwertgefühl und das könnte dieses nicht gut genug sein irgendwas ist nicht genug das könnte im prinzip im inneren der person liegen dass hier ein mangelnder selbstwert ist vielleicht projiziert die person ist aber auch auf dich und sagt dir vermittelt dir das gefühl dass du nicht gut genug bist auch das wäre hier eine möglichkeit oder das aktuell gefühlt auch das thema vermissen eine rolle spielt eine wärme liebe zuneigung verständnis vermissen das ist quasi das was wir hier im energiefeld der anderen person liegen haben und wie die person gefühlt auch diese situation beeinflusst was erhoffst du dir was sind deine wünsche was sind deine hoffnungen bube der schwerter bube der schwerter sind neue informationen ich habe das gespräch das hier für klarheit sorgt oder eben dass irgendeine information reinkommt die dir hilft jetzt etwas klarer zu sehen ritter der münzen hier als nächste karte ja und das ist das spannende wie entwickelt sich das ganze weiter zum einen kann es bedeuten dass du hier arbeit reinsteckst in eine angelegenheit vielleicht in dich selbst um deinen selbstwert zu stärken oder um die stabilität und sicherheit selber aufzubauen der ritter der münzen kann aber auch bedeuten und das ist jetzt mega spannend dass wir hier arbeit haben die in eine partnerschaft und beziehung reingesteckt werden na wie macht das denn sinn so zum einen bringt mich das wieder zurück zu dieser karte was siehst du noch nicht kommen und aktuell kannst du vielleicht nicht absehen wie sich die situation wieder einringt mit all den dingen die vorgefallen sind und mit all den energien der situation wie sie jetzt gerade sind wie schon gesagt vielleicht haben wir hier einen befreiungsschlag in der nahen zukunft etwas altes zerbricht was nicht mehr gut ist für diese situation und oder für dich auch oder für euch und dann kann es natürlich sein dass hier die entwicklung der situation die ist dass man arbeit in eine beziehung oder in eine angelegenheit reinsteckt und sagt komm wir packen das wir powern durch und dementsprechend könnte es sein dass du aktuell nicht sehen kannst wie das hier quasi passiert wie ihr wieder gemeinsam an einem strang zieht und wie ja die situation wieder harmonischer wird für all diejenigen wo sich das thema aber komplett erledigt hat habe ich das gefühl geht es darum dass hier ein vielleicht neuer seelenpartner sich im leben zeigen wird und der turm könnte genau dieses event sein wo du wo es so schallert es die die der himmel bricht auf trompeten schallern hinunter und es schall meit und man hört so krebs hallo hier ist dein seelenpartner da habt das jetzt das heißt der turm es kann auch durchaus positiv schockierende momente im leben geben aber momente von denen in einem moment auf den anderen alles anders ist der turm kann also was extrem positives sein dass du vielleicht eine neue partnerschaft hier kennenlernst was dann bedeuten würde beide menschen arbeiten hier harmonisch zusammen an stabilität und sicherheit und an einer festen partnerschaft sodele bis hierhin so weit so gut ich hoffe die legung hat hier schon mal mit dir resoniert lass es mich gerne wissen unter diesem video was wir jetzt einmal machen ist wir gehen rein mit den nächsten und tarot karten ich habe auch noch drei verschiedene orakel karten die ich jetzt hier und ich möchte einmal wissen die person die hier gerade symbolisiert wird durch die fünf der münzen gegebenenfalls auch durch den könig der münzen die person auf die sich das hier für dich bezieht was denkt denn die person gerade über dich und fühlt für dich oder die situation in der ihr seid wo steht die person aktuell gerade im eigenen prozess und was sind die größten herausforderungen und was ist die hoffnung oder die absicht die intention die diese person hier für euch beide hat wir ziehen dann noch ein tipp für dich und auch noch mal ein tipp generell für alle krebse was ist das worauf krebs sich jetzt fokussieren sollte vielleicht auch ein bisschen unabhängiger von dem hier jetzt aber was ist das wichtige jetzt für dich was brauchst du jetzt und noch mal ein paar tipps dazu wie du das erreichen kannst und all das machen wir jetzt in der erweiterung du kennst es ja bereits unter diesem video in der infobox ist der erste link zu vimeo und auf im vimeo hast du die möglichkeit die erweiterung dieser legung dir anzuschauen und wenn du magst auch runterzuladen der zweite link unter diesem video ist der link zu patreon und da hast du die möglichkeit mit der tarot erweiterungen mitgliedschaft dass dir immer alle erweiterungen direkt freigeschaltet werden tatsächlich auch die vom kompletten letzten jahr das heißt da eröffnet sich die eine welt der erweiterungen die du dann auch durch stöbern und anschauen kannst in diesem sinne sage ich vielen dank fürs zuschauen ich starte jetzt mit deiner legung mit einer erweiterung hier und freue mich dich gleich wieder zu sehen also bis gleich